TV-Spielfilm In anderen Sendungen gibt es auch reichhaltiges Bildmaterial, bei Informationssendungen allerdings oft nur das Logo. Die Bewertungen sind meist brauchbar. Über Twitter, Facebook und E-Mail kann man wichtige Sendungen bekannt geben oder man speichert sie als Favoriten. Drei verschiedene Ansichtsarten stehen zur Verfügung. Weniger überzeugend sind die langen Wartezeiten. Offenbar sind die Server des Herstellers stark frequentiert, weshalb man auf Programmdateien meist einige Sekunden lang warten muss.